So, hallo ihr Lieben! Na, wie schaut's aus bei euch? Wir haben mal wieder eine spaßige Freundschafts-Mail, also könnt ihr mir auch gerne schicken. Immer skaten letztlich die gleichen Sachen wie im Liebesship-Bereich, also dass man nicht unbedingt daten muss. Und klar, das eine oder andere fällt auch weg, aber so was grundsätzlich so Anziehungspunkte angeht, Co-Abhängigkeit, sich schlecht behandeln lassen, ja, ist das im Freundschafts-Bereich durchaus ähnlich und haben viele mit zu kämpfen. Ja, aus der schönen Stadt Kopenhagen, die Nabdrevkola und sie schreibt, oh Christian, ich schreibe dir nochmal in Bezug auf Freundschaften und Bezug nimmt auf dein letztes Freundschaftsvideo. Da ging es ja darum, dass die Schreiberin, Zuschauerin nicht ganz sicher war, ob ihre Probleme in Freundschaft jetzt an ihr liegen oder an anderen. Letztlich habe ich das gleiche Problem. Meine beste Freundin fing auch an, Leute plötzlich hart aus ihrem Leben zu entfernen und auch über nichts anderes mehr zu reden, las mir ihre Shitlisten vor und redete auf eine Art echt mies von den betreffenden Leuten, indem sie die zum Beispiel als Low-Value bezeichnet. Ja, das empfehle ich ja nicht, also ich empfehle durchaus, wenn du Leute nicht mehr magst, aus dem Leben zu entfernen, aber deswegen muss man die nicht Low-Value nennen und es geht darum, so einen Mittelweg zu finden. Das fällt uns ja immer so schwer, ne? Das war, glaube ich, dieses Narzissismus-Bubble-Video und es fällt uns ja immer so schwer, irgendwie nicht zu viel Mauern zu haben, so minuspolig und jemand, äh, nur weil er, ähm, weiß ich nicht, das falsche Aftershave benutzt, äh, sofort die Freundschaft zu kündigen irgendwie, aber auch nicht zu, äh, soft zu sein, so, ne? Und es gibt aber auch viele Leute, die zu hart sind, ne? Und es gibt auch Leute, die eigentlich gute Tools wie Shitlisten, äh, mehr dazu mal Modul 0, ähm, benutzen, um unnötige Mauern aufzubauen. Ja, habe ich auch schon viel von gehört, ne? Es ist, äh, es geht immer darum, was machst du aus diesen Werkzeugen und versuchst du so einen Weg der Mitte zu finden, oder? So was kann ich nicht ab und wir konnten den Konflikt auch nicht lösen. Heute mehr als ein halbes Jahr später vermisse ich sie trotzdem noch, weil sie eben zehn Jahre meine beste Freundin war und niemand mich auf diese Weise verstanden hat. Ja, also ich meine, das ist jetzt ein anderer Fall. Also, ihr hattet einen Konflikt, die hatte ich ja bis hierhin jetzt nicht direkt schlecht behandelt, ähm, wenn ich das so richtig verstehe, ähm, also du bist bei ihr rausgeflogen, weiß selber nicht genau warum, da kannst du natürlich nochmal, ich weiß nicht, ob das so richtig was bringt, aber mein Gott, ihr wart zehn Jahre Best Friends, natürlich kannst du da nochmal einen Anlauf machen und kannst sagen, wollen wir nicht nochmal reden? Relativ wahrscheinlich geht's wieder so aus, aber dann weißt du wenigstens sicher, dass das nicht hinhaut. Also, wie gesagt, ich, auch wenn ich manchmal bei so offensichtlich megatalkischen Sachen da so sehr hart bin und ich ansonsten durchaus, wenn man eine gute Zeit hatte lange und, ja, kann man schon nochmal einen Anlauf machen, ne? Was mich immer wieder zweifeln lässt, ist, dass ich mit mehreren Leuten solche Probleme habe und auch schon mindestens drei Freunde, Freundinnen verloren habe, die mir auch nicht wirklich was gesagt haben. Ja, wie gesagt, kann jetzt, man verändert sich, dann verändert sich der Freundeskreis, weiß jetzt natürlich auch nicht genau, woran es liegt, aber es kommt, glaube ich, noch um einen Punkt gleich. Ähm, ich bin ganz sicher nicht immer einfach, bin, glaube ich, sehr kränkbar, nehme Dinge persönlich und mache mir extrem viele Gedanken, neige zu missgestimmten Zuständen und so weiter. Also, hohe Kränkbarkeit ist definitiv, kann das ein Abfuck sein in Freundschaften. Also, da würde ich wirklich rangehen. Ähm, das wäre eigentlich auch mal ein cooler Kurs, ne? Kränkbarkeit irgendwie, also echt, da haben so viele mit zu kämpfen. Muss ich mir gleich mal aufschreiben, wenn mich das wert so interessiert. Äh, schreib mal drunter. Weil das kann dann schon sehr, wenn man wirklich sehr kränkbar ist und wenn der Freund das Gefühl hat, ich kann, ich kann dir nichts sagen, du flippst mal sofort aus. Ist anstrengend, das kann natürlich jeder seine Macken, aber das, das wäre eine Kante, die man sicherlich mal ein bisschen hobeln könnte, so, ne? Das andere, mein Gott, dass nochmal viel grübelt oder missgestimmt ist, weiß ich nicht. Ähm, trotzdem versuche ich immer, meine Freunde fair zu behandeln und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Ja, das ist doch schon super. Zudem wollte einer meiner, zum Beispiel wollte eine meiner Freundinnen sich auf einen bestimmten Master bewerben, hatte zu aber nicht das Selbstbewusstsein, worauf ich sie ermutigt habe. Ja, ist doch super. Und sie wurde angenommen. Ja, dafür sind Freunde da. Sehr gut. Oder sie hat mir öfter tagelang nicht auf Nachrichten geantwortet. Das hasse ich ja wie die Peste, ey. Und ihr habt dann gefragt, wieso, weil das echt durchgehend so war. Hab aber auch Verständnis gezeigt, weil es ihr nicht gut ging. Ja, ich glaube nicht, dass du jetzt so eigentlich so der minuspolige Freundschaftstyp bist. Kommt da nicht so rüber. Aber wie gesagt, Kränkbarkeit würde ich schon mal ein bisschen angucken, so, ne? Jetzt hat sie, äh, hatte sie familiär größere Probleme und hat sich seit Wochen nicht mehr auf Nachrichten reagiert. Ja, ich kann das ja immer nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn man befreundet ist, man kann noch, wie lange dauert das, so eine Drecks-SMS zu schreiben? Wirklich zehn Sekunden. Irgendwie zehn fucking Sekunden einfach, sorry, ich kann mich gerade nicht melden, weil familiäre Probleme, wobei ich mich dann schon fragen würde, mein Gott, wenn man so gut befreundet ist, warum wird mit mir nicht über diese familiären Probleme gesprochen? Letztlich ist sich wochenlang nicht zu melden, ist halt auch eine Aussage, so, ne? Ich meine, klar, es gibt so Männerfreundschaften, da ist das halt so, man meldet sich nur alle paar Wochen, aber wenn sich jemand meldet, dann schreibt der andere auch zurück und das ist, hat irgendwie so eine Normalität irgendwie so, aber das ist bei euch ja nicht so, ne? Also, das finde ich auch, muss man sich auch fragen, wie gesund ist die Freundschaft da eigentlich noch, ne? Mein Gefühl ist eher, dass sie mich vielleicht geghostet hat, ja? Also, wenn Leute nicht zurückschreiben, das ist auch, ich habe fast gesagt Dating, aber auch Freundschaften sind wie Tennis, ne? Du schreibst und der andere muss zurückschreiben, wenn er nicht zurückschreibt, dann spielst du mit einer Ballmaschine, so, ne? Und das, ja, das kann man sicherlich kann man dann nochmal schreiben, aber dann kann man es auch lassen, irgendwie so, ne? Manchmal fürchte ich, ich bin vielleicht zu rigoros, na, glaube ich eher nicht, kritisiere zu offen oder wirke kontrollierend, wenn ich bei Sachen nachfrage, wie zum Beispiel das nicht antworten, nein, das ist völlig in Ordnung, aber andererseits ist es doch normal, jemanden nicht jedes Mal drei bis sieben Tage warten zu lassen, also drei bis sieben Tage schon echt, vor allen Dingen unter Frauen, glaube ich, könnt ihr gerne mal kommentieren, wie ihr das seht, finde ich das viel zu lang, ey. Außerdem hat sie so Andeutungen gezeigt, wie zum Beispiel nur noch schwammig auf Fragen reagiert, ja, scheinbar ist der Drive irgendwie aus, ne? Was, was, was willst du machen, irgendwie, ne? Und mich immer wieder auf die Freundschaft zu meiner ehemals besten Freundin angesprochen, ob ich da nochmal den Kontakt gesucht hätte. Als ich verneinte, weil ich alles versucht habe und Leute nicht nachrenne, schienen sie das nicht so zu verstehen und ich vermute, dass sie sozusagen etwas abchecken wollte, ich im Zweifel bei ihr selbst reagieren würde. Ja, aber gesunde Standards ist immer gut. Mein ehemals gemeinsamer Freund, zu dem ich nicht mehr wirklich Kontakt habe, ist mit ihr befreundet und ich spiele mit dem Gedanken, ihn mal zu fragen. Ja, finde ich gut, mach das. Ich bin in einem inneren Konflikt, weil ich einerseits besorgt bin, andererseits sagt mir immer mein Bauchgefühl, dass es sehr wohl sein kann, dass der Rückzug sich auf mich bezieht. Ja, kannst du ruhig machen. Und die Nachfrage bei dem Freund, mich demzufolge total runterziehen könnte. Naja, die Wahrheit ist immer heilsam, auch wenn es eine bittere Wahrheit ist. Aber ich verstehe, dass du da vorgespannt bist, empfindlich bist. Kann ich total verstehen, ne? Meine Frage, wenn du einmal ständig zu basieren seid, musst du es doch mit einem selbst zu tun haben. Ja, irgendwie, also vielleicht hast du dich einfach nur verändert und dein Freundeskreis ist jetzt noch nicht angepasst. Aber ja, kann gut sein, dass da noch irgendwas ist, was wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Aber allgemein ist das mit, seit Corona sind die Menschen irgendwie, also finde ich, könnte ja gerne mal kommentieren, komisch drauf, noch mehr zurückgezogen. Vielleicht ist es auch was Allgemeines, ne? Und noch mehr in ihren vier Wänden. Ganz viele Sachen, die vor Corona gelaufen haben, laufen nicht mehr, obwohl gerade keine Maskenpflicht gibt und was weiß ich. Ich habe das vermehrt, seit ich in Therapie war, also Dinge eher anspreche. Ja, nee, dann ist es einfach so, dass du Grenzen setzt, die du früher nicht gesetzt hast. Ist ja auch super, dass du dazu animiert wirst. Und ja, und dass da deine alten Freunde vielleicht nicht mit klarkommen. Aber willst du jetzt wieder zurück zu der, die keine Grenzen gesetzt hat? Und dann halt andere Menschen anziehen mit der Zeit, ne? Ich weiß, das ist nervig. Also das fühle ich total mit diesen Freundschaften. Das ist in meinem Leben auch so ein ongoing Thema und finde ich super nervig. Super nervig, ey. Aber wenn die Veränderung an die Tür klopft, ey, das ist, man kann da manchmal nichts machen irgendwie, ne? Das macht mich mega traurig, weil meine Freunde mir immer viel bedeutet haben. Ja, das glaube ich. Würde mich sehr bei deiner Antwort freuen. Vielleicht auch, wie man sich bestenfalls verhält in so einer Situation. Nochmal nachfragen oder loslassen? Also ich finde es total in Ordnung. Ach, der ist doch ein anderer Name. Alinowskula. Schöner Name. Ich finde es total in Ordnung, da nochmal beim gemeinsamen Freund nachzufragen. Aber am Ende des Tages kannst du die Leute nicht, auch nicht auf Freundschaftsdates tragen, wenn sie keine Lust haben, haben sie keine Lust irgendwie, ne? Und du kannst nur ein paar Mal immer wieder sagen, was ist los? Was geht hier ab? Aber letzten Endes kriegt man häufig keine Antworten. Und dann kannst du eigentlich nur nach dem Verhalten gehen. Und wenn das wischi-waschi ist, muss ja nicht immer gleich ein Kontakt abbrechen, so bei Freunden. Aber dann gibst du eben auch nicht mehr so viel Energie rein. Und das kann durchaus auch nochmal was ändern, wenn man selber auch keine Energie mehr reingibt. Aber manchmal auch nicht, ne? Ja, spannend. Danke für auch diese Freundschaftsmail. Schreibt mir gerne auch, wenn das Themen sind, wo ihr sagt, ja, sagt Hemmschi da überhaupt was zu. Schreibt mir gerne eure Mails, ne?